Servus, Servus, Hi! Hallo! Los! Los! Hey! 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 Also, ich nominiere meinen besonderen Liebling, den Herrn Dr. Lösel, den Oberbürgermeister von Ingolstadt. Den mag ich aber wirklich, das ist echt der Liebling. Dann mag ich meinen ganz besonderen Liebling, den Herrn Deiser, oder Innsittich. Und nochmal eine besondere Lieblinge, die Petra Kleine von den Grünen. Und ich wollte schon immer wissen, wie das ist, ein Dieter von Tese zu sein. Äh! Ja! 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 Waaaaa! Jeeee! Jaaaa! Vielen Dank.